So Leute, jetzt geht's weiter. Die KI hat hier wieder ihren Zug gemacht. Das ist unfassbar, unfassbar. Ja, das muss ich machen, da komm ich ja drum rum. Das ist unfassbar. Du sollst hier hin. Und hier hin. Das ist unfassbar. 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 Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, machen wir das Okay, machen wir das So Okay, machen wir das 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 So Okay, machen wir das Nee, Moment, der Tiger war hier irgendwo, ne? Ja, da ist er Dann gehen wir das Dann gehen wir hier drauf Okay, machen wir das Okay, machen wir das So, okay, machen wir das Okay, ich bin das Okay, ich bin das Okay, ich bin das Okay, ich bin das Nein, komm hierhin und du kommst hierhin und du kommst hierhin und du kommst hierhin Du, hier drauf, wunderbar Und du kommst hierhin Ja, wir machen das Das ist der aus dem Spiel Du kommst mal hierhin Cavalry bleibt mal hier Hierhin Okay, go Ja, wenn du den hier drin angreifen willst, habe ich eigentlich nichts dagegen Dann stelle ich die Fallschirmjäger jetzt hier in den Wald Und wenn du die hier angreifen willst, bitte Ja, wir machen das hier in den Wald Okay, so, dann hier rückt hier eins vor Bin hierhin halten hier mal lang Hierhin Wir sind ja hier Du Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, das war ein sicherer Kill. Der war weg. Der war sowas von sicher weg. Oh, meine Fresse. Der war sowas von weg. Ah, hierher, hierher, hierher. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Das war's. Das war's. So. 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 Doe je hin? 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 Kann ich jetzt da noch stehen? Ne. Die ein, zwei Runden können wir jetzt auch noch aushalten. So. 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 Dann hätten wir das. So. 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 in manche Phasen. So. manche Phasen einfach noch zu schwach. In manchen Phasen einfach noch zu schwach. Gut. Ja. Hat geklappt. Wunderbar. das mit den Partisanen hat am Anfang soweit ganz gut geklappt kann aber auch ganz relativ schnell schief gehen weil so stark sind diese Einheiten nicht weil so ein Problem nochmal darstellt ja, das ist die KI hier sehr aggressiv vorgegangen jetzt sämtliche Panzer in die Einzelteile zerlegt fast das ging in gewissen Dingen noch relativ gut aus okay so, dann hätten wir diese Schlacht aber hinter uns okay, ausgezeichnete Arbeitgenosse ihre Fähigkeiten als Befehlshaber und ihr schnelles Handeln in der Schlacht haben ihnen den Respekt ihrer Vorgesetzten gebracht ihr neuer Befehl lautet mit ihren Truppen Richtung Rumänien zu marschieren ich hoffe, sie sind in dieser Aufgabe gewachsen das sehen wir dann beim nächsten Mal dann geht es weiter mit der Schlacht um Rumänien bis dann und ciao